Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Peace mit Loxoda, meiner Wenigkeit, äh, hallo und heute ist es soweit, wir haben einen Gast, der Jan, hallo, johu, kommt noch, willst du was zu deiner Person sagen? Kommt noch, kommt noch, okay, kommt noch, nebenbei, also er hat sich bei uns beworben, ich habe ihn ausgesucht und jetzt ist er da, sprich das sind ja keine leeren Versprechungen, die ich damals gemacht habe, hier kommen wirklich Leute mal vorbei, er ist der lebende Beweis, äh, oder so, ich hoffe er lebt lang genug, Sota, lass ihn in Ruhe, ich mag nicht schon wieder irgendwas aufstellen müssen, Sota, lass uns in Ruhe, und zack, wird der neue schon Es regnet, ja, na und, ich höre nichts, es ist Nacht und es regnet, ja auch nichts, ja, weil, die Muffler, ach, das sind Muffler, aber es regnet trotzdem, ich mache jetzt mir die, falsche Richtung, ich mache mir jetzt die Hose, oder macht sich die Hose, okay, und, äh, Jan, du wolltest, glaube ich, Moment, irgendwo, ich kann jetzt nachschauen, so, wir werden die Ursprungsnachricht, Du wolltest eine Villa, mit Dreadstone-Schaltung, Lark-System, interne Bahnhofs, Sympol oder ähnliches, wolltest du machen? Genau. Äh, 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 und, ach, du hast sogar ein Thema dazu geschrieben gehabt, ähm, dass wir könnten über Minecraft reden, von 1, von der Version 1.2.5 bis zur aktuellen Version, ich meine, du, ich denke, du meinst die Motze, oder? Auch, aber auch, was sich so verändert hat. Ja, okay, sprich, wir haben ein Bauprojekt und, äh, ein Thema, theoretisch, ähm, erstmal suchen wir dir, äh, ja, wo willst du denn bauen? Hm. Suchen wir das erst einmal. Äh. Da hinten ist das so, so. Hallo? Ein schöner Berg. Gehst du mal runter da? Wo? Ah! Weißt du, da hinten? Blöde Krähe. Ne, genau. Nord, Nord, West, so. Ja? Nord, Nord, West, also hier der so eigentlich, fast nördlich. Genau. Hier wirst du bauen, okay. Da müssen wir dich mit Werkzeug eindecken, ähm. Mach dir, was du willst, ganz einfach. Genau, du hast hier freie Hand, kannst du machen, was du willst, du hast, du weißt ja, wo das Zeug steht. Genau. Also, ich hab noch ein Schwert über. Und ein Terminal lässt sich ja relativ leicht craften, das ist ja automatisch craftable. Automatisch, ja, ist. Ja, ist automatisch, ja. Ich guck mal, was ich noch an Werkzeugen überhabe, also das Jetpack hat dann schon von mir bekommen. Ja, das hab ich schon gesehen. Hab hier noch ein Schwert. Nackts rein, halt. Ein Schwert ist ja praktisch. Warte, dann mach ich so ein Wireless-Terminal, dann kannst du dir direkt die Sachen aus dem System nehmen, man muss nicht jedes Mal zurückrennen. Auch, ein paar Schritte macht nur auch nix. Und bleibt man gesund, weißt du? Auch in-game. Genau. Soto, du wolltest doch die Generatoren umbauen, oder? Nein, das wird gerade geboten. Machst du das heute schon? Wie ich dazu komme? Wo ist denn der Jan hin? Dann reiß ich... Ähm, Richtung Norden. Richtung Norden. Da bin ich ja ganz schnell. Das ist alles leer hier. Ja, wohl. Warum mach ich denn am meisten nix kaputt, weißt du? Am meisten nix kaputt machen, okay. Äh, und so, genau. Äh, warte, warte, warte. Schwert. Haben wir kein Holz mehr? Was? Holz wird doch verbrannt. Ja, trotz... Ey, die ganzen Viecher schon wieder außerhalb hier. Ich glaub, ich... Spinny. Du glaubst, du Spinny? Warum wird da jetzt nichts gemacht? Ey, die ganzen Rentiere sind immer außerhalb. Warum hat das System keinen Strom? Ah, jetzt. Ich sag doch, wir haben heute übelst Lacks schon wieder. I don't know. Aber wo... Warum geht das Crafting Terminal? Terminal? Ich brauch auf jeden Fall die Hose. Oh Gott, ist das langsam hier. Au, weil die Baumfarben keine... Energie? Ja, der hat sie. Oh, die Energie. Weil sie Energie braucht. Ach, verdammt. Weißt du, was mir in der Aufnahme eingefallen ist? Ich weiß noch gar nicht, ob du das behoben hast. Ich hab den Tesserakt unten keine Nummer gegeben. Das Problem ist, ich habe vergessen, die Dinge wieder einzuschalten. Da haben wir jetzt keinerlei Strom. Leider, doch das ist... Oder... Guck mal, sogar nur, wenn Strom läuft. Die haben keine... Die haben keinen Fuel mehr. Na und? Ja, ohne Fuel funktionieren sie nicht. Ja, aber ich hab die Generatoren. Ja, aber wir brauchen trotzdem Strom. Ja. Damit das Zeug weiterläuft. Ja. Krieg's doch. Ja. Ich hab Generateur. Ich mach jetzt aber hier erstmal die Dinger raus, dass nicht mehr was hergestellt wird. So rum. Mach das mal. Äh, dann kannst du dort nämlich rumbauen, wenn sie möchte. Weiß jemand, wo ich den Generateur hingestellt habe? Ich glaube hier unten, oder? Scheiße. Weiß nicht. Ah, da ist er doch. So, hab ich jetzt eins. So, die starten jetzt nicht, weil... Ja, lag. Zu wenig Stoff wahrscheinlich, oder? Also entweder ist er leer, oder... Oh, scheiße, er ist leer. War der Server wirklich aus? Ja. Ich hab vorhin zumindest angemacht. Er ist ratze k leer. Es ist nichts mehr drin. Okay. Krasser Scheiß. Ja, ich hab jetzt grad den Not- äh, Notgeneratoren angemacht. Alter. Dass wir wieder ein bisschen Stoff kriegen. So, du hattest... Doch, du hast ihm eine Nummer vergeben, Sota. Ja, ich weiß. Die 7. Richtig. Ich hab schon nachgeschaut. Der Grinder ist auf die 13. Ich brauch jetzt wieder mal Zeugs. Seeds. Seeds. Karotten. Ich such grad die Conversion-Metrics, aber ich find's hier nicht. Ach doch, also. Gut. Was ich jetzt hier grad sehe, irgendein... Moment. Warum? Hm. Ich könnte auch... Hä? Warum kann ich jetzt hier nicht mehr... Äh. Achso, nee. Ich bin ja blöd. Passt. Warum arbeite ich auch einfach? Das Exist. Hast du es schon wieder weggeschmissen? Wo ist das hin? Ich hätte doch letztens noch eins. Ja, du schmeißt das ja gerne mal weg, Karotten. Was? Wann hab ich das weggeschmissen? Keine Ahnung. Zum Beispiel in der Aufnahme, wo ich gesagt habe, warum schmeißt du es weg? Hab ich das irgendwie vergessen? Ach, scheiße. Ja. Die Baumfarm hat kein Fertilizer mehr. Das ist, äh, schlecht. Den muss man hier reinpacken, gell? Ja. Ah, jetzt arbeitet sie auch wieder. Okay. Das war das Problem. Und die Dingbaumfarm ist ja aus, ne? Dann kann ich da eigentlich die Fertilizer raustun. Und ich sollte bei der anderen... Strange. Gut, jetzt arbeitet die... Waa, wieder. Jetzt sollten wir auch ein bisschen Holz kriegen und hinten läuft dann wieder die Energie weiter. Ein bisschen zumindest. Gut, ähm... Ja, dann fang ich hier mal mit der Demontage an, oder? Das, was zumindest nicht mehr gebraucht wird. Also das wird nicht mehr gebraucht. Das heißt, auch in Zukunft brauchst du die Saplinge nicht mehr, hoffentlich. Äh, ja, das hab ich ausgemacht schon. Dann give me mal meine... Meine Ranch, 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 Ranch. Ranch, 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 Ranch. So, das hier ab. Das noch nicht genug. Das hier ab. Einmal. Komisch, dass es weg ist. Hab ich das aus, als es in der Grunde Kiste geht? Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's aus, als es in der Kiste getan. Stimmt, wir haben uns ja letztens etwas... Keine Ahnung. Aber ich hab mein Inventar ja auch leer gemacht, weil wir irgendwas... Strange? Strange? Ach, was ist denn hier? Warum fliege ich jetzt weg? Mann, der Generateur ist immer noch da unten. Oh Gott. Generateur. Generateur. Ich hab die Folge auch so genannt. Hilfe. Reakteur. Da, jetzt kannst du. Jetzt sind wir direkt holen. Aus dem System. Das ist gut. Ähm, irgendwie schaufelmäßig ist, glaub ich, nix, oder? Äh, es hängt was an der Wand noch, an der Tool-Wand. Oder haben wir noch eine Dirtrille im System? Äh, nee. Aber... Kannst du dir craften lassen. Ansonsten kannst du auch meine Schaufel haben. Würde mir auch reichen. Danke. Ich brauch's ja grad nicht. Ich will ja noch was bauen. So. Also ich hab schon ein bisschen Legs. Wie sieht's bei euch aus? Ja, ich hab... Das hab ich dir doch gesagt. Ja. Ich hab Steel Boots vorerst. Steel Boots. Das hat Steel Boots. Mhm. Ja, egal. Ja, besser als nichts. Ich baue jetzt mal mein Treppenhaus um. Äh, Sota, magst du die... Was soll ich auch hierher? ...Dinge hier in die Maschinenhalle verlegen, oder... ...lässt du die da, wo sie sind? Aber hier wären noch die ME-Anschlüsse, wo du Säplinge gleich reinschmeißen lassen kannst. Nee, den Generateur befeuer ich erst mal noch per Hand. Kreatur oder Generateur? Ich brauch ja erst mal... Jetzt such ich, was da ist. Aber irgendwann, wenn was Festes da ist, das heißt, es sind immer so viele Karotten da, dass ich immer welche da reinschmeißen kann, dann kann ich das irgendwann vielleicht automatisieren. Ja, richtig, aber erst dann und noch nicht jetzt, weil sonst haben wir nichts mehr davon. So. Wenn nicht jetzt, dann... Ja. Karten wieder musikalisch heute? Nur ein bisschen. Ja, dann... Ja, wo ich dich demontiere jetzt hier erst mal alles? Ähm, puh. Hier sind 500 Ender drin. 500 Ender? Ja, das ist schlecht. Ja, flüssiges Ender. Ja, das ist aber schlecht. Ich will nämlich... ...Rustdown da reinfüllen. Wieso? Oben ist doch... Dann holt die Ender doch raus. Ja, wie? Das sind nur 500. Damit kriege ich keinen Eimer voll. Achso, abbauen und wieder hinstellen. Abbauen und wieder hinstellen. Ups. Achso, jetzt muss ich den Config wieder ändern. So. Ups. So. Dings. Dings. Dings und Dingerns. Und jetzt brauche ich einen Bucket. Ach, scheiße. Das darf ich ja eigentlich gar nicht abmachen hier. Ups. Ach, nee. Warte, lass was. Ach, Mensch. Mensch. Das schließe ich dann einfach... Was kannst du heute? Karten? Ja. Das ist mein Name. Hast du dir gut gemerkt? Karten will Kloppe. Karten will Kloppe. Demnächst. In ihrem Video. Nur auf Video und DVD. Karten will Kloppe reloaded. Egal. Achso. So, ich baue das glaube ich jetzt zuerstes Mal ab. Da. Ups. Hoch. Oh Gott. Hat mich verschluckt. Nicht so stürmisch. Ja, tut mir leid. Immer langsam mit den jungen Pferden. Ja, ich weiß. Jung und ungestüm. Oh weh, oh weh. Oh, da ist ja auch nichts mehr drin. Scheiß, die waren drin. Lieber nicht. Ist das dreckig. Ja, es macht unerschöne Flecken. Es geht immer so schwer raus. Oh mein Gott. Ja, bitte. Die Themen sind ja heute wieder. Ja, wir haben doch ein Thema. Wollte schon gerade sagen, lass uns mal da beginnen. Minecraft 1.2.5 und bis heute, was hat sich verändert? Was ist gut, was ist schlecht? Dinge haben sie schon. Schreibt es in die Kommentare. Ach nee, wir sollen ja diskutieren. Lass uns diskutieren. Ja, ich würde ja gerne mit der Beta sogar anfangen. Warte mal, 1.3 glaube ich. Beta 1.3. Ich habe mit der Beta 1.3 angefangen. Ach, war das noch cool. Ja. Und was mir als erstes da einfällt, was sich geändert hat, ist natürlich der World Generator. Früher gab es richtig geile Berge. Richtig geile Welten, ja. Das kriegt der World Generator trotz neuer Biome und so nicht mehr hin. Da muss man die Biomods mit reintun eigentlich, weil die machen teilweise erst so richtig geile ... Zum Beispiel Biome Supplant, ja. Schon, aber das ist dann auch wieder so überladen. Es kommt einfach nicht mehr dieses Feeling auf, was ich ... Als ich damit angefangen habe, da hatte ich auch noch ein ganz komisches Texture-Pack, aber trotzdem war einfach nur ... Wow. So richtig geile Sandstrände, also richtig große auch. Da konnte ich mega viel Sand farmen. Dahinter erst mal Ebene und dann kam da ein bisschen Wald. Aber die Berge waren halt auch so cool. So cool geformt, ich weiß auch nicht. Ich kann das kaum beschreiben. Unbeschreibbar. Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst. Die waren halt irgendwie zerklüftet und haben irgendwie so lustige Formen gehabt, was dem irgendwie was Charakteristisches gab. Richtig, und wenn du denn ... Heute sind die so ein Einheitsbrei. Irgendwie schon, ja. Die sehen alle gleich aus. Aber früher, da hast du wirklich dann so einen Berg gesehen, der sah zum Beispiel aus wie eine riesige Zwille oder so. Da denkst du dir auch noch, wow. Gummizwischenspann und aufgehend. Ich hab so viele Screenshots damals gemacht. Das ist echt der Wahnsinn. Heute sehe ich kaum eine Landschaft, die sich lohnt, jetzt noch zu knipsen. Ja. Außer man terraformt sie sich selber, aber das ist ja wohl nicht so. Das ist ein Salaboy. Schilder. Genau. Ja, verdammt, ich wollte hier doch was machen, so. Also ich hab grad auch irgendwie ... Ja, Lex ist jetzt übertrieben, aber ... Kleine Ruckler sind's manchmal. Ja, oder der Puck wird nicht direkt gesetzt, sowas zum Beispiel. Nee, das geht eigentlich. Ich hab nur manchmal ... Ich weiß nicht, ich bleib anscheinend an Ecken hängen, wo keine sind. Die Kollisionsabfrage ist grad nicht so berauschend. So, wo ist denn jetzt ... Den will ich? Komme ich jetzt raus? Vier? Höre ich nicht, ist dunkel. Acht. Was, wie, nochmal? Ist dunkel. Es ist ... Ja, soll mal schlafen gehen, oder? Äh, was machst du da draußen? Dinge. Das nicht. Greif es mit mir? Nein, ich meinte die ... Äh ... ... Redstone-Pipe, die plötzlich woanders war. Sü. Ich wollte halt mal was anderes sehen. Ja. Ist doch ganz klar. Eindeutig, so. Äh, speist du deinen Strom schon ein, Sutterjahne? Äh, ja. Der, der wird, ähm ... Speist du deinen Strom schon? Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. So. Mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir die Folge. Was? Ist schon so weit. Ja, es ist schon so weit, bevor es noch besser wird. Soll ich ja auch fern, wenn es am schönsten ist und so? Richtig. Richtig. Ach, eigentlich wollte ich ja jetzt immer einen Sound einspielen, wenn es so weit ist. Echt? Ja, die hier. Es ist Zeit. Oh mein Gott. Do it. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.